Herzlich Willkommen bei BetWars mit dem SCSE 92 Und mit dem Mister Gamezock LP Hurra! Jo! Ja! Und Pokémon hat gewonnen Ja! Und das sieht hier anders aus Ja, da wurde wahrscheinlich ein riesen Update gemacht Oder haben sie halt viel Gendert, glaube ich umgebaut Jo So, wir sind Team Grün Ja Bisschen mit dem Grün Oben ist dieser Sonne schon noch Am Abdenken So, ne? Oben Da oben Ja Du guckst nicht nach oben Doch Bei mir ist halt nur der Typ da Der Typ? Mhm Mitspieler Meines So So Ach Mann Brauchst du was? Hat noch Was noch? Ich glaube jetzt doch den Insta 63 Was? Wieso halten sie so viel Ich hab da Wartung gewartet Weil da keiner konnte Ich brauch höchsten Erstmal vier Vier? Ja erstmal Warte mal Warte mal Eins, zwei, drei, vier Mal 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 Ist schon irgendwie Also ist schon Okay dann Achtung Roter Ich komme Ist schon tot Du kommst Da kommt noch einer Da kommt noch einer Gut Dann verteidige das Gebier Der geht hoch Oh ja ja Verteidige einfach Jetzt haben wir gerade Eis Nein Mhm Was? Was? So schnell? Den hat kein Bad mehr Weißt du was ich gesagt habe? Hast du gesehen? Der Bad mehr wäre Lieder Jetzt schon Boah Weißt du was ich gesagt habe? Lieder hat auf einmal kein Geld mehr Obis sie hat Kein Geld Ich hab Geld gesagt Kein Geld mehr? Kann ausserweise kein Geld mehr haben Wer weiß Oh Wir hatten so wieder so hoch gebaut hier Fuck mich doch nicht Soll ich das wissen? Soll ich das wissen? Das bin ich alt wissend Einer heißt sogar bei uns Patrik Lea Oh 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 Nein Ja Toll Shit Ja der greift genau mich die ganze Zeit an Werden aber so komisch gebaut Ja Ja Toll Keine Ahnung Einer von den Von den Mitspielern Grün nur noch einer Toll Jetzt keiner mehr Ja Lila ist auch gleich Richtig geraten Ich guck mal was in der Mitte passiert Lila ist auch nur ein Mann Lila ist auch nur ein Mann Ne wird das gar nichts Das Gold liegt immer noch da Oh man Und Lila hat sich selber getötet Hätte sich vielleicht ein bisschen vieler töten können Nur noch Gelb Gegen Rot Aber ich glaube Gelb ist auch gleich tot Oh nein Ja eins noch Und weg Und aus Ja war eine sehr kurze Runde Naja macht nichts Nur 5 Minuten Wow Wow Haben sie uns richtig geplättet Aber dann wo Das ist auch anders da wieder Das dauert immer so 10 15 Minuten Naja Gut Naja Dann sag ich es trotzdem mal Auch wenn es kurz war Tschüss bis zum nächsten Mal Auto rein Und noch ein dickes Asphalt Tschüss Tschüss